ja herzlich willkommen zu einer folge kann man das eigentlich nennen ist jetzt mal ein bisschen außer der reihe ja ich habe mir lange gedanken darüber gemacht ob ich das video hier machen soll oder nicht ich finde es wichtig das zu tun weil ich der meinung bin wir haben auch eine gewisse verantwortung auch unserer community gegenüber ja ich kann euch nicht sagen ob die informationen die ich die mir zugespielt wurden stimmen oder nicht stimmen das kann ich nicht ich bin ja nicht vor ort ich weiß es nicht kann mir ja gerne irgendjemand in die kommentare schreiben ich weiß dass wir auch zuschauer aus beziehungsweise fans auch aus berlin haben da muss es wohl heute nacht ziemlich eskaliert sein neukölln war auch viel polizei aufgebot ja heute sollen ja wieder demonstration in allen großen städten stattfinden und soweit ich darüber informiert bin oder informiert wurde haben soll es da richtig richtig rabatz geben richtig eskalieren das wird dann wahrscheinlich so in etwa aussehen wie es heute nacht schon in berlin gewesen sei ich hab da videos gesehen das war nicht gerade schön ja ich habe eine bitte an euch passt auf euch auf ja und wenn ihr nicht unbedingt jetzt da irgendwo hin müsst also weder jetzt also es geht hier um verschiedene städte wo das stattfinden soll frankfurt mainz berlin münchen stuttgart köln ja also wenn ihr jetzt nicht unbedingt da an diese hotspots müsst aus welchen gründen auch immer dann ja macht einfach mal das was wir die ganzen letzten die ganzen letzten monate sowieso machen sollten bleibt einfach zu hause und passt auf euch auf ich hoffe dass das nicht eintritt also das wäre mein wunsch dass das nicht passiert falls doch ja hoffe ich dass keiner von euch davon betroffen sein wird also insofern haut rein und ja passt auf euch auf macht's gut